Moinsen Leute, wir sind hier in Cap West und wir haben sogar einen Pool und da springe ich jetzt rein. Genau, wir sind in Flick'n'Flack angekommen und zeigen euch jetzt sofort mal einmal unser neues Zimmer. So, wir fangen an, hier kommt man rein, zack, aber hier, wir fangen erstmal mit dem Schlafzimmer an, Basti. So, Basti ist schon vorgerannt am Pool? Einmal hier das erste Schlafzimmer, Klimaanlage, Fernseher, sogar das ist mein Zimmer auf jeden Fall, weil da sind meine Sachen. Sehr gut, dann filmen wir noch dein Badezimmer hier, sogar mit zwei Waschbecken, Toilette und eine Dusche, sehr gut. So, dann geht's mal weiter. Wir kommen hier zum Wohnzimmer. Wir kommen hier zum Flur erstmal, denn dann ist hier noch ein Zimmer, zweites Schlafzimmer, das schauen wir jetzt auch nochmal. Wow, guck mal hier, nochmal ein Schlafzimmer. Aber leider auch noch. Auch mit Klimaanlage und Toilette mit Waschbecken und Dusche. Dusche, genau, dann machen wir das hier mal drauf, wie wir das hier uns einmal richtig begutachten können. So, dann gehen wir zum Wohnzimmer. So, hier ist das riesige Wohnzimmer mit kompletter Küche. Ja, da ist sogar so eine Schere, Kühlschrank, Achtung, mit Wasser und ein bisschen Milch, Gefrierschränke, Gefrierschrank, genau. Hier haben wir alles, Staubsauger, Bügelbrett, Bügeleisen, Skalmesser, Geschirr komplett. Alles. Microwave, Backofen, hier haben wir Nespresso, Toaster, Wasserkocher. Gucken wir mal hier, was hier drin ist, da ist Salz drin, hier haben wir Kaffee, ist aber leer. Zucker, ist brauner Zucker drin, Ceranfeld, sogar eine Waschmaschine. Sehr gut. Und jetzt kommt hier der Fernseher, großer Esstisch mit Spiegel da hinten. Und jetzt gehen wir einmal raus auf die Terrasse. So, da haben wir noch ein Weber Gasgrill. Zack, den werden wir bestimmt auch mal. Und jetzt gucken wir uns den Pool an. Janni, bist du dabei? Ja. Kommst du mit? Ja. Gucken wir uns den privaten Pool mal an. Hier ist erstmal noch so eine Wiese von uns. Dann müssen wir hier so einen kleinen Weg gehen. Und dann ist hier rechts direkt mit Liegen. Wir können sogar zwei Pools, aber das wäre unser Pool hier. Da hinten noch die Liegen. Hier haben wir noch einen Pool. Können wir auch reinspringen. Und da hinten ist das Meer. Und da hinten ist das Meer.